Einfache Bewegungsabläufe Wir können jedes Automatisierungssystem komplex werden lassen, vor allem wenn es viele sind. Ich zeige Ihnen mal, wie einfach das geht. Zunächst erstellen wir ein neues Projekt. Wir belassen den Standardnamen, kein Problem, und erstellen einen Projektcontainer für die gesamte Hardware und Software. Nächster Schritt, neues Gerät konfigurieren, neues Gerät hinzufügen. Wir wählen die nicht spezifizierte S7-1200 CPU, dann auf Hinzufügen klicken. Jetzt nehmen wir den Projektcontainer und den Hardwarecontainer und fügen beide für das Projekt zusammen, damit wir anfangen können. Jetzt haben wir die Hardware hier in der Gerätesicht. In dem kleinen Pop-up-Fenster klicke ich auf Erkennen. Das System scannt nun das Netzwerk, um diese Hardware physisch zu finden. Da ist sie. Mit einem Klick auf LEDs blinken kann ich kontrollieren, ob es die richtige Hardware ist. Und Sie sehen, das ist genau die Hardware, die ich finden wollte. Ich klicke nochmal auf Erkennen. Diesmal scannen wir das Profinet-Netzwerk. Wir wollen genau diese CPU und die zugehörigen I.O. und Kommunikationsbaugruppen finden und in das Projekt einfügen, damit wir sofort anfangen können zu programmieren. Das Schöne dabei ist, ich muss nicht jedes einzelne Teil umständlich aus dem Hardwarekatalog heraussuchen, sondern ich kann danach scannen, die Teile finden und ins Projekt einbinden. Und los geht's. Nächster Schritt. Wie können wir zum Beispiel eine Eigenschaft dieser Hardware ändern? Kein Problem. Ich klicke rechts auf diese analoge Baugruppe und wähle Eigenschaften. Sie sehen, ich habe hier plus minus 10 Volt für diese analoge Baugruppe. Ich ändere das in plus minus 5 Volt, dann markiere ich die CPU und klicke auf Laden. Ich nehme jetzt also die physische Hardware-Konfiguration mit den geänderten Eigenschaften und lade sie in die tatsächliche Hardware, um sie betriebsbereit zu machen. Jetzt wird das Projekt kompiliert. Ich klicke auf Laden und das Ganze wird nun tatsächlich in die CPU geladen. Nach dem Ladevorgang setze ich das Häkchen bei Alle starten, dann auf Fertigstellen klicken. Jetzt müssten alle LEDs für diese Hardware grün leuchten. Okay. Ich habe ja vorhin eine Eigenschaft der Analogbaugruppe geändert. Das heißt, wenn ich nun dieses analoge Potentiometer verstelle, sehen Sie, dass wir plötzlich rote LEDs an der Hardware haben. Weil ich die eingestellten 5 Volt überschritten habe. Sie können sich das auch sofort online ansehen. Dazu markieren Sie die CPU und klicken auf Online verbinden. An den orangenen Balken quer über der Software erkennen Sie, dass wir mit dieser Hardware online sind. Und Sie sehen sofort die ganzen roten Schraubenschlüssel. Ich navigiere auf die Baugruppenebene und sehe, dass mit dieser Analogbaugruppe irgendwas nicht stimmt. Jetzt kann ich mit Doppelklick auf Online und Diagnose den Diagnosepuffer aufrufen. Hier sehe ich für den Analogausgang der Baugruppe, dass der obere Grenzwert überschritten wurde und dazu den roten Schraubenschlüssel. Ich behebe jetzt den Fehler, indem ich das Potentiometer zurückdrehe. Und wir haben eine ausgehende Nachricht. Problem gelöst. Im Prinzip heißt das, wir können ohne irgendwelche Vorbereitungen eine Online-Diagnose für unsere Hardware erzeugen. Sie müssen sie weder programmieren noch irgendwelche Menüoptionen einstellen. Die Online-Diagnose ist im System integriert und daher sofort einsatzbereit. Jetzt gehen wir mit der CPU wieder offline. Ich schließe diesen Editor und gehe zurück zur Projektansicht. Wie sieht's mit dem Programmieren aus? Das schauen wir uns als nächstes an. Erster Schritt, der Haupt-OB. Sie sehen, ich kann hier zwar die DIP-Schalter umstellen, habe aber überhaupt kein Programm in dieser CPU. Nur die reine Hardware-Konfiguration. Also nehmen wir einen Schließerkontakt, einen Öffnerkontakt, eine Spule, noch einen Schließer und dann das alles miteinander verbinden. Damit habe ich eine Selbsthalteschaltung gebaut, wie sie in der Automatisierungstechnik immer wieder vorkommt. Fehlen noch die Variablen. Die definieren wir gleich. Wir nennen die erste Start, die zweite Motor 1, die hier Stopp und die Spule wieder Motor 1. Fertig ist die Selbsthalteschaltung, inklusive Variablen. Allerdings sind sie noch nicht mit der Hardware verknüpft. Dazu teile ich jetzt den Bildschirm, markiere die CPU, Zoom 400%. Wie Sie sehen, sind bei dem Hardware-Set schon die entsprechenden Bits für Ein- und Ausgänge angezeigt. Das Praktische ist, ich kann den Start hier direkt per Drag & Drop auf diesen Punkt ziehen. Dasselbe machen wir mit Stopp und mit Motor 1. Fertig ist der Code. Ich habe nur ein paar Sekunden gebraucht und konnte sogar Drag & Drop zwischen mehreren Editoren verwenden. Das nenne ich effizientes Projektieren. Als nächstes will ich dieses kleine Programm in die CPU laden, CPU markieren und auf den Download-Pfeil klicken. Jetzt wird im Hintergrund übersetzt. Ich klicke auf Laden, dadurch wird das Programm in die CPU geladen, dann noch mit Fertigstellen bestätigen. Und sobald diese LED grün aufleuchtet, sehen Sie, dass meine Selbsthalteschaltung auf der CPU läuft. Okay. Unsere Standard-Selbsthalteschaltung ist fertig. Weiter geht's mit benutzerdefinierten Funktionsblöcken. Dank dem Konzept der globalen Bibliothek können Sie programmierseitig alles erstellen, was wir brauchen, der Bibliothek hinzufügen und dann immer und immer wieder verwenden. Das sorgt für Effizienz in Ihren täglichen Abläufen. Genau das wollen wir jetzt tun. Ich schließe mal eben den Editor. Ich klicke auf Bibliotheken, erweitere diese Liste und Sie sehen, ich habe hier den Eintrag AT1 Simple Movements mit einem Baustein für die Wischersteuerung. Diesen ziehe ich in das Projekt. Die Voreinstellung für den Datenbaustein kann ich einfach übernehmen. Ich kann aber nicht nur den Funktionsbaustein nehmen, sondern auch die potenziell zugewiesenen Variablen kann ich immer wieder verwenden, indem ich sie in der globalen Bibliothek speichere. Ich ziehe also die Steuervariablen der Wischersteuerung in den Ordner PLC-Variablen. Wir haben jetzt die Variablen und den Block. Ich muss sie nur noch miteinander verknüpfen, dann geht's weiter. Da ist der rechte Wischer, da ist der linke. Hier ist gegen den Uhrzeigersinn und Wischer ausführen. Als nächstes nehmen wir uns in demselben Editor die Spule des Selbsthaltekontakts. Steuerung-Taste gedrückt halten und nach unten zum Start ziehen. Ich kann also mit nur einem Editor verschiedene Codezeilen in einem funktionierenden Ablauf integrieren. Unser Code ist fertig. Ich markiere die CPU, klicke auf Laden und im Hintergrund wird übersetzt. Sobald es fertig ist, klicke ich auf Laden und der Code wird in die CPU geladen. Ich klicke auf Fertigstellen. Damit habe ich eine voll funktionsfähige Wischersteuerung in weniger als 10 Minuten. Das ist effizientes Projektieren. .